... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Was ist denn? Irgendwie verdreht ich meine Tür und ich höre die ganze Zeit. Meine Tür, also ich höre die ganze Zeit mit kleinen Knochen. Ich mache die Arme. Ich mache die Arme. Guck das her. Ich bin auf der Schwenk, genau hier. Ich habe die Arme. Ich habe die Arme. Jetzt hat er schon wieder geblitzt. Genau wie ein Heutner. Keine normalen Witze, sondern die ganze Himmel ganz hergeblitzt. Aufnahmen. Kann der so viel abspielen, dass der da nichts anfällt? Hat der überhaupt Speicherbruch? Ich bin so ein bisschen fest. Ich bin so ein bisschen fest. Ja, das kommt mal auf die Wende an, dass sie noch... Bitte? Kommt mal auf die Wende an, dass sie noch... Ja, das ist eigentlich... Da kommt noch alles in den Atem. Es kann auch lieber mir knacksen, noch in den Winstern. Ich liebe Vogelschlüge dabei.